Jawoll! Hopp einen! Holy shit, PC ist echt nichts! Als ob! Normalerweise kenn ich's eigentlich, dass du keine Leerzeile dazwischen machen darfst. Ist das Spiel halt anders, keine Ahnung. Okay, das Problem weggelöst! Alter! Ich würd halt denken, es wär fast schneller gewesen, einfach einen neuen zu bauen. Naja, nur, ja, hätten wir das mal klein gewusst, hätten wir einen neuen gespawnt. Okay, wenigstens wissen wir's jetzt. Ja. Wie dumm, Alter. Okay, dann mal schön weiter. Achso, na jetzt müssen wir jetzt zurück. Ich brauch ja theoretisch ein Construction Werkzeug hier. Mhm. Und... Ja. Naja, das brauch ich erst mal. Ja. Das stimmt, das hast du ja gar nicht. Ja. Sonst kann ich ja nicht bauen. All das für nichts. Naja, wir haben erst mal was gefunden, wo wir jetzt ne Base bauen. Und haben gecheatet. Mich würde interessieren mal kurz... Wow. Wow! Geh weg! Ob wenn ich GoToSpawn alles auseinander schreibe, soll ich's mal probieren? Kann mich interessieren. Ich glaube, GoTo ist dann zusammen und dann musst du den Namen vom Biom eingeben. Boah. Oder GoTo zusammen. Ja, ich würde halt sagen, GoTo zusammen und dann den Namen vom Biom. Oder halt Spawn, ich weiß nicht. Okay. Location? Matching? Spawn? Intro? Spawn Location? What? Was soll das bedeuten? Keine Ahnung. Ja, lass das, bevor du das Spiel noch brinkst, Alter. Softlock seinen PC. Weißt du, was ich erst mal mache? Ich speichere mal... Ach nee, ich muss auf dem speichern. Ich würde eigentlich einen anderen Speicherstand machen. Zur Sicherheit, man weiß ja nie. Ich nehm da einfach einen Bladeschrank drauf. Ey, wenigstens weißt du, auf welchem du bauen wolltest. Ja. Ich hätte vielleicht erst mal machen sollen, dass alle Fahrzeuge explodieren. Nah. Naja. Egal. Es ist halt so. Wir haben zwei Minuten gespart. Aber gut zu wissen, dass das auch auf Konsole geht. Ja, das ist echt gut. Ich habe die Konsolenbefehle jetzt übrigens immer an. Also ich brauche bloß Enter drücken, dann könnte ich wieder irgendwas machen. Ja, ich finde es halt... Näh. Das war jetzt halt nur, weil das absolut scheiße war. Nur falls nochmal was schief läuft, kann ja sein, das passiert nochmal oder so. Okay. Nur für den Fall. Wenn das nochmal passiert, ist es dein Fehler. Da helfe ich dir nicht mehr. Man weiß ja nie. Oder man bleibt mal irgendwo anders stecken. Oder der verpackt in der Wand. Man weiß ja nie. Mh. 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 Ha. Ich habe nicht gedacht, dass sowas auf Konsole ist. Aber hey. Das ist... Na, bei so... Meistens nur bei solchen Spielen hier. Bei so ne... Indie Games. Okay. Da gibt es das auch auf Konsolen. Ja. Weil es eben so verpackt ist und man sich ja irgendwie helfen muss. Mh. Mh. Hä, Leute. Und so viele Leute denken sie einfach... Äh, Chapeau, ich spawn wie mal ein paar Fische. Näh. Sowas finde ich halt lame. Es ist echt lame. Aber gut, dass du Fische sagst. Ich muss mir nämlich Essen und Trinken holen. Ja. Ich werde gar nicht viel Platz haben, Alter. Ich brauche einen fucking Schrank. Und wenn du noch ein Medikit in der Basis hast, das vielleicht auch noch nehmen. Oh ja. Habe ich aber glaube ich nicht. Ich muss ja immer wieder so ein Fabrikator, so ein Medikit Herstellding machen. Du kannst ja auch so ein Medikit bauen. Ja. Was ein Abenteuer. Ist echt so. Wenn wir in Subnautica nicht geprankt werden, pranken wir uns selber. Ist echt so, Alter. Ja. Okay. Gegessen habe ich auf jeden Fall. Ah, fuck. Was brauche ich denn für das Konstruktionsding? Hier. Mal anpinnen. Und dann sollte ich vielleicht auch mal noch Reparaturwerkzeug. Das wäre wichtig. Ja. Ich meine, jetzt hast du ja wieder Leben im Dings. Ja. Nur man fragt sich, wie lange. So, das muss ich anpinnen. Kabelsatz anpinnen. Ja. Und den Rest habe ich. Warum ist der Stream auf meinem Handy pausiert? What the fuck? Ja, der war kurz pausiert, aber der läuft wieder. Ja, auf meinem Handy nicht. Auf dem Konsole schon. Komisch. Ich starte kurz Twitch. Neu auf dem Handy passt. Genau. So, warte. Das habe ich jetzt. Achso. Ein Konstruktionswerkzeug habe ich schon. Hab schon alles. Nice. Ne, Quatsch. Reparaturwerkzeug, sorry. Das Konstruktions, da fehlt mir noch was. Eine Batterie habe ich scheinbar nur noch. Alles wieder am funktionieren und beim alten. Schön. Oh nein, ich brauche wieder zwei Silber. Und Gold brauche ich auch. Und Tischkorallen. Oder habe ich nicht Tischkorallen noch? Ne, natürlich nicht. So, aber ey, wenigstens habe ich jetzt zwei Energiezellen umsonst. Zwei kostenlose Energiezellen. Mhm. So. Genau, dann. Ja, ich habe jetzt ein Schiff, stimmt. Damit bin ich schneller. So, holen wir uns Gold, Silbererz und Tischkorallen. Alles klar. Ich muss immer noch ein bisschen verarbeiten, was zur Hölle gerade passiert ist. Ist echt so, Alter. Ich sollte vielleicht mal nützliche Dinge unten reintun. Das, hier kommt das Konstruktionswerkzeug. Quatsch, das Reparaturwerkzeug. Der Penguin muss bleiben. Na. Ich steige mal aus, Alter. Ja. Pfff. Pengling habe ich noch drin. Wow. Wow. Erstmal 30 Fische überfahren. Massenmord. Für jemanden, der das Spiel liebt, magst du die Fische ganz sicher nicht. Massenweise am Überfahren. Gibt's hier Tischkorallen? Gibt's hier Tischkorallen? Und in etwas tieferen Gegenden. ich ich habe das Gefühl dass ich das brauche ich nehme mal mit die Skorali ist gut sein Alter die geht es unter den Eisberg Versorgungsspeicher gefunden Notfall ja ich habe hier irgendwas gefunden ja von altera Versorgungsspeicher für die Leute die vorher da waren vorhin da liegt auch eine PDA nice da sollten auch ein Haufen Kisten liegen die in der Höhle gehen oh ein Medi-Kit nice und in der Höhle sind auch noch ein paar nützliche Sachen ok äh der CEA verbringt mir einfach was ich denke auf einmal so geil was das denn so was ist hier eine Höhle oder was ja ja da sind ein paar Kisten in Richtung Höhle und dann ist da die Höhle bruh ok ach du hast einen Seeaffe angefahren what oh oh nein ach ne hier war hä ist er tot oder was war einer tot keine Ahnung ich habe nur gesehen dass du einen angefahren hast what the fuck hä was ist das wait Eisschütze what the fuck oh die sind cool und nervig den sehe ich gerade zum ersten Mal wow hey ey ey ich bin eingefroren mhm stell dir mal vor du wirst eingefrostet und dann nimmt dir noch so ein Affe das Ding weg was du in der Hand hast ey ey der hat mir eine Tischkoralle cool und nervig ha alter der hat mir eine Tischkoralle gebracht die ich brauche alter jo digger ich liebe dich meine ich ja die Seekobolde sind einfach die coolsten ist echt so alter genau das was ich brauch ja der hat mir eine Tischkoralle was ein schade alter alter da muss man nur noch eine bringen dann ist perfekt 30 seconds of oxygen remaining oh noch ein Kreatur er nehme ich jetzt auch nicht mit ja hier ist eine Höhle du weißt dass wenn du eingefroren bist kannst du ein paar Knöpfe drücken damit du schneller ausbrichst echt das wusste ich nicht und Sauerstoff Oxygen ich will mal in die Oberfläche nope ist ein komischer Name es ist nicht mal sauer es ist nur Stoff auch nicht es ist weder sauer noch Stoff ja gut ne ist hier Tischkorallen wow wow Aua oh Gott ich demolier das ganze Schiff Jesus wenn du es nicht auf dem Land fest fahren lässt zerstörst du es gegen irgendwas was hat es hier mit auf sich mit diesen Höhlen warum weil es hier immer tiefer geht ne es sind halt hier unten hier unten sollte ich meine Base bauen mitten irgendwo ey Alan redet okay ich habe hier was ein Artefakt wieder Wenn du auf dem Gleiter guckst, auf der Karte, da sollte irgendein Punkt sein, der extrem tief ist. Oder bist du schon am Artefakt? Ah, okay. Ich hab Silbererz und Gold hier gefunden. Mhm. Aber auf dem Scanner dann auf der Karte, der tiefste Punkt sollte das Artefakt haben. Ah, okay. Aber du bist ja schon beim Artefakt. Ah, hier hab ich ja schon Wurzelblase einsammeln. Was machen die? Die brauchst du, glaub ich, für irgendeinen random Bauplan später irgendwann. Ich nehm mal eine mit. Ich brauch noch einen Silberer. Wenn du auftauchst, kannst du die Signalboje mitnehmen, falls du die für irgendwas willst. Oder du lässt sie halt hier, damit du zurückkommen kannst, für die Baupläne. Okay. Falls du die Höhle wieder fürn willst. Hä, was ist das denn? Propeller-Fisch. Die sind auch saucool. What the fuck? I'm a komplett weird irgendwie. Noch ein Gold. Wie die sich durchs Wasser schleudern. Ich liebe die Affen, Alter. Die bringen mir einfach immer Gold. Ja. Und irgendwie alle hassen die. Ich liebe die, Alter. Komm, einfach immer, wenn du denkst, alles ist scheiße, kommen die an und geben dir irgendwas. Das geilste ist dann, wenn die Leute, die Affen bringen, denen ein Item oder denken die, die Affen haben das Item geklaut und schwimmen damit weg und schlagen die. Da denk ich mir auch immer so, nein, was bist du für eine Arschgeige. Das ist echt so. Die Affen stehen unter meinem Schutz. Unter meinem Auge. Ich hab schon so viele Videos gedisliked, einfach nur, weil die Leute die Affen haben. Hast du auch einen Kommentar geschrieben? Nein. So was wie, schämt euch? Ich verstehe, wieso sie es machen, aber nein. Gibt es hier die Kattelfische wieder? Es gibt was anderes. Und ich finde es sogar ein bisschen cooler. Aber trotzdem, warum haben die die Kattelfische nie wieder reingemacht? Ja, es ist trotzdem ein Vieh, womit du spielen kannst. Okay. Es ist praktisch funktionsmäßig, es ist exakt das gleiche wie ein Kattelfisch. Es sieht nur anders aus. Aber diese Eisfiecher hier sind auch cool, die dich einfrieren. Ja, ja. Das Nervige ist halt, wenn du dort einfach so unterwegs bist und suchst nach was und wirst ständig eingefrochen. Oh, ich hab ausreden einen getötet. Gut. Der ist genau auf mich zugeschwommen, es war seine Schuld. Noch einer. Oh mein Gott. Geht mir alle aus dem Weg, ich will mich nicht umbringen. Pass aufs Leben vom Seedruck auf. Oh. Ja. Ich bin wieder auf 60. Scheiße, wo bin ich? Okay, ich bin auf dem Weg zurück. Hat mir jetzt noch was... Ah, ich glaub eine Tischkoralle fehlt mir noch. Kannst du ja unterwegs holen. Stimmt, müsste ich ja dort oben sehen. Ah, ich glaub... Hier fehlt auch noch was anderes, Kupfer. Kupfer ist im normalen Stein, ne? Auch hier. Kupfer fehlt noch? Wie viel Kupfer hast denn du grad? Ich glaub gar keins. Hm. Ja, das sind im normalen Stein. Okay. Normale Steine, hallo? Ah, hier. Mann, nur scheiß Titan. Blei. Natürlich alles andere, nur nicht das, was ich brauch. Blei sieht nicht mal so aus wie die Kupfersteine. Ja, bringt mir auch Titan, kann ich nicht gebrauchen. Ist traurig wieder. Kupfer. Noch ein Kupfer, hab's. Perfekt. Jawohl. Noch eine Tischkoralle. Genau, eine Tischkoralle noch. Ja. Die sind auch hier. Das Späfügelzeug hast du, ja, ne? Das hab ich. Da hab ich... Ich muss mich jetzt beschweren, das ist ein Fehler im Spiel. Gut. Das Spiel ist scheiße. Wegen den Tischkorallen schreibe ich. Tischkorallen haben wir das ganze Spiel zerstört jetzt. Bei mir ist Blei, bei dir ist Silber und Tischkorallen. So, hast du mal kein Blei gekriegt? Naja. Ich hab Haufen Blei. Naja, ich weiß, ich seh's. Insgesamt ist es auch nicht schwer zu kriegen. Es ist halt immer, insgesamt gucke ich mich dann um und finde einfach nichts. Immer wenn ich's brauche, finde ich, ne. Das ist meistens so. Und immer wenn ich's nicht brauche und finde, bin ich voll. Naja. Gut. Ah, hier geht's tiefer. Hier müssen wir fündig werden. Langsam wieder über's Trinken nachdenken. Mhm. Aber erst mal, give me Tischkorals. Table Coral. Nice. Kennst sogar alle englischen Namen. Mhm. Wie heiß ich in der Nähe? Deine Mieze. Das wirst du mir jetzt nicht glauben, aber... Nick. What? Oh mein Gott. Meine Katze liegt grad über der Maus. Sehr gut. Achtung, die cheatet die gleichen Seekrebs rein, Alter. Ne. Die cheatet die einen Zyklops rein. Warum mache ich immer Screenshots? So, hab alles. Jawoll. Auf geht's, Zorik. Endschlisch. Endschlisch. Wow, nach oben. Und auf die Eisscholle springen. Ich cheatet einfach so viele Seatracks, bis das Spiel crasht. Oh mein Gott. Und jetzt crash ich in meine Base. Oh mein Gott. Das ist so viel zufrieden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt crashe ich in meine Base. Ich hab grad wieder voll Bock auf Elite Combat. Kannst ja nebenbei machen. Aber ohne Sound ist das AIDS. Stimmt. Ich muss meinen Seatrack reparieren. Und jetzt versuch den anderen Seatrack runterzuschmeißen mit dem neuen. Ich spring dagegen. Ich spring nochmal drauf. Theoretisch könntest du davor speichern als wirklich ausprobieren. Lieber ne. Aber wenn ich von der Seite komme, dann schiebt sie ihn ja noch weiter hoch. Und versuchen von der Seite zu treffen. Hm. Na egal. Ja. Dann hast du zwei. Ne. Auch gut. Kann man Seatrack an einem Seatrack anbringen? Gute Frage. Wenn du es nie weißt. Du kannst die Stil aus raar Materialien konstruieren. Siehe an den Weg nach dem fachloser Kontinent ohne eine Base. Kein Bett? Kein Steine? Kein Platz? Kein Platz, kein Platz für ein Fabrikator-Modul. Kein Spaß! Wie rein? Hm? Ich hab mir grad irgendwas gesagt mit No Fun. wenn man das nie hat so jetzt bräuchte ich aber noch eine batterie dafür ach so ja irgendwas mit der no no air no home no fun so was nein kein stauraum kein platz für baupläne kein spaß oder wünschen gut kupfer kann ich hier sammeln hatte was brauchte ich jetzt noch für die batterie koffer aber ich kann jetzt ein propeller fisch kochen damals gab es nie so viele fische zum essen es gab schon einige ich glaube hier gibt es trotzdem mehr körbchen brauche ich du hast gegen die 20 im inventar das ist sehr gut denkt du kannst jetzt außerhalb die pflanzen anpflanzen mit dem dings mach ich ja dann bei meiner base da habe ich space meine katze an der maus schiebt alter das bild bewegt sich so zu mehreren seiten ich denke warum steuert das nicht dahin wo ich will die spielt einfach die klickt aus versöhnen auf löscht sie trug die ganze spiel stand ich startet gta gifny kupfer alter immer dies scheiß titan schnelles englisch quiz was heißt kupfer auf englisch klopfer näher als gedacht klub keine ahnung kopper koppel 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 kopp nö mache ich einfach jetzt nicht gut wenn du es mir so sagst mache ich es nicht vielleicht ich überleg es mir okay überlegst du schnell so lange überlebst du nicht ich sammel getränke fischer ein getränke fischer und du kreisten einfach und du hast recht mit essen und trinken das geht es fast so als ob das game dafür designt ist ja wirkt so ne habe ich mir auch schon so gedacht man hattest du gemeint wolltest du die pause machen 30 ist schon 17 eine halbe stunde weil dann kann ich da zwei folgen hier draus machen ja das klärt dann kannst du ja zwischendrin kannst ja mal kurz dein combat machen wenn du willst ja da hole ich mir vielleicht auch was zu essen ein bisschen dann können wir ja auch so stündchen pause machen oder so oder hältst du wirklich eine stunde ohne subnautica aus das weiß ich nicht ein bisschen bleibst du dann noch dran oder bist du dann auch weg wenn du spielst ich kann dran bleiben ich kann ja hier essen nur dass ich halt dann inzwischen hier weiter spielen ja so was würde ich jetzt machen ich habe gerade einen hänger den seetruck erst mal reparieren habe ich schon irgendwas anderes ach so die batterien bauen essen und trinken batterien okay und dann los geht es zur anderen basis da musst du wahrscheinlich noch gucken dass du genug materialien hast und alles ach so ich brauche titan ich würde dir empfehlen zwei titanbarren und nehmen ein bisschen lithium für für plastalbarren lithium zwei plastalbarren aber aber rhabarber gibt es denn in dem seetruck ein lager es gibt ein lagermodul da ist das aber an sich ist nicht dabei er ist ein eigenes abteil na wir haben ja schon schlafabteil können wir schon bauen oder das klammer drin oder aquarium fabrikator abteil in welchem ist es denn von denen fabrikator hat ein bisschen lager aber das lagermodul an sich hast du glaube ich doch nicht ach so ok ok das fabrikator modul hat ein kleines bisschen lager naja dann nehme ich jetzt nur mit also was soll ich machen plastalbaren oder was zwei plastalbaren für den großen raum die nehmen auch richtig wenig platz weg also die brauchen dings ne titan waren oder ja insgesamt zehn titanen und ich glaube vier oder zwei lithium lithium vier für zwei eins zwei drei vier so die habe ich brauchen noch ein bisschen titan fehlt mir ja das ist ja nicht schwer zu kriegen doch ich habe erst einen titan gefunden seitdem ich spiele hat schon eine ganze basis ich habe nur einen titan gefunden ich meine ich würde wahrscheinlich sapnautica im hardcore modus schaffen aber nie am anfang sondern erst dann wenn man so besser ich meine wie oft du jetzt schon drauf gegangen bist halt wenn du darauf achten würdest man hat mehrere male hätte ich es ich will mal ein experiment machen geh mal kurz in die optionen und geh dann nochmal zur barrierefreiheit einstellungen ja und stell dort die ui größe hoch die ui die hud ui was auch immer was soll es sein das sind die icons die die zeigen wie viel atem du noch hast und alles wenn du die größer hast dann hast du die vielleicht besser im auge ja ne jetzt geht es ja na zieh es trotzdem mal ein bisschen hoch das ist ein experiment ob du da wirklich besser drauf achten kannst ok auf 1,1 ist ein prozent größer gemacht stell es auf 5 5,8 perfekt hab ich ja halt ein bisschen größer damit du immer ein bisschen besser darauf achten kannst das krieg ich auch so hin ich hasse das noch mehr in mir was im bildschirm hängt du guckst ja nicht mal drauf du ja doch mach ich doch aber es war halt nur am anfang wo mich das überfordert hat mit allem da war das noch doof scheiße jetzt ist mein inventar voll ach ich esse einfach den fisch hier ich esse den pengling wie vier habe ich jetzt eins drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zwei noch scheiße ich hab aber noch ein blatt zwei ach ich schmeiß die fackel weg neun die ist sogar an ah Quarz brauche ich leider grad ne sorry du nutzlösses stück scheiße warum gibst du mir Quarz er weint jetzt hat sich geschädigt für sein Leben ist das scheiße wenn man ein Fahrzeug hat aber kein Lager alter der fack die Seemotter hatte ja auch kein eingebautes Lager doch nö die hatte ein Lager du konntest eins sehr schnell bauen aber die hatte keins eingebaut doch ein Lager ne ein Lagermodul konntest du rein machen dann eben aber es war kein eins gebaut der der Seekrebs der der brown suit der hatte eins eingebaut der große das Zyklop auch ja aber das war ein fucking Zyklop hallo das ist der hatte mehr Lager kleiner Roger der hatte mehr Lagerplatz für meine Basis weißt du Roger freut sich mal die Tiefsee zu sehen irgendwann wenn er niest freut er sich wenn nicht dann nicht ok ok bis jetzt niest er nicht wieder in die Hosentasche stecken so Titanenbarren a one a two a one two three so und jetzt machen wir ein Blas stolpern so so das haben wir dann lege ich mal das Ei weg die Blase weg das weg äh ein Quarz brauchst du glaube ich für ne Luke ein Quarz ok guck lieber nochmal in den Bauplänen davor bevor du los gehst ich nehm auch mal zwei Blei mit achso ja oder ich guck einfach da hast du natürlich natürlich hast du da recht wie kann es auch anders sein ne Luke brauchst du und ja äh what the fuck ah hier na die Fundament brauche ich siehst du Blei zum Glück habe ich gerade zwei Blei eingesteckt du brauchst eigentlich kein Fundament ich weiß halt nicht wie es ist auf den Rosensee Seerosenblättern zu bauen achso stimmt ja stimmt auf den Blättern brauche ich wahrscheinlich nicht ne ich weiß halt nicht wie es dort ist weil insgesamt kannst du Sachen einfach so platzieren dazu brauchst du kein Fundament so jetzt musst du mir mal kurz helfen wir haben ja hier den Mehrzweckraum das ist der große ne und dann der Kontrollraum der ist neu oder ja und ist der cool der Kontrollraum ja was braucht der denn der braucht nämlich krasse Sachen ich glaube ich baue einen Mehrzweckraum erstmal ne ne scroll weiter runter wie oder hast du den Raum noch nicht way oh god ne ich werde eh noch später Dings bauen ja ok dann baue ich erstmal einen Mehrzweck aber es gibt einen Raum der ist praktisch drei Mehrzweckräume in eine Richtung lang gezogen ok ne da ist fettgeil der Raum ja warte dann muss ich jetzt nur also ich brauche noch Titan muss ich sammeln mhm warte ich hefte es einfach an das ist echt die beste Erfindung überhaupt hier das ist Hammer ja ok jetzt habe ich es angepinnt so warte dann brauche ich eine Luke sicherlich ne ja dafür brauchst du glaube ich zwei Titanium und Quarz ja eventuell Fenster wären schon auch cool ne ja pinne ich mal an brauche ich ja nur brauche ich ja nur Glas einmal Glas für jedes so und dann soll ich als Strom erstmal Solar nehmen oder ja ok pinne ich das auch an so dann brauche ich einen Schrank auf jeden Fall das ist wichtig einen Fabrikator brauche ich dort bestimmt auch dazu brauchst du halt wieder einen Computerchip na ja gut und der so Plänezeug brauche ich jetzt so drin noch nie bauen das ist ja nur eine Batterieladestation wäre vielleicht nicht schlecht mhm bereicht da die Solarenergie ja meow meow mhm die will essen oder wir machen halt jetzt schon Schluss bevor wir dann bauen weil das wird ja jetzt ein großes Unterfang ja ok so ich hab erstmal alles ausgewählt hier ja ok dann müssen wir dann suchen Leute es sind schon so viele Baupläne ich kann grad nichts mehr anpinnen ja so ich speichere erstmal so Leute und dann würde ich sagen wir streamen dann wieder gegen sag mal so kurz vor 18 Uhr ich weiß noch nicht so ungefähr also so gegen 17,30, 18 Uhr rum würde ich sagen gut bis dann adios und ciao bis dann bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.